Drei Fakten über Otter, bei denen man sich einfach nur denkt. Alles klar? Wusstest du, dass Anfang des 20. Jahrhunderts extra für die Jagd auf Otter sogenannte Otterhunde gezüchtet wurden? Jäger setzten sie dann ein, um die Otter aufzuspüren und zu erlegen, damit sie ihr superdichtes und warmes Fell verwerten konnten. Alles klar? Otter machen der Raupe nimmersatte extreme Konkurrenz. Da die kleinen Schwimmer einen extrem schnellen Stoffwechsel besitzen, müssen sie zwischen 15 und 25% ihres Eigengewichtes an Nahrung zu sich nehmen. Pro Tag! Alles klar? Otter hassen Brücken. Das ist kein Scherz. Sie weigern sich strikt unter Brücken durchzuschwimmen und laufen lieber neben dem Gewässer an Land her. Leider wird ihnen das manchmal zum Verhängnis. Alles klar? Alles klar!